Das ist die Familie Gummibär. Der gelbe Gummibär ist der Sohn der Familie. Der rote Gummibär ist seine Mutter. Der grüne Gummibär ist sein Vater. Der schwarze Gummibär ist sein Opa. Der orange Gummibär ist seine Oma. Der orange Gummibär ist die Oma der Familie. Der schwarze Gummibär ist ihr Ehemann. Der grüne Gummibär ist ihr Sohn. Der rote Gummibär ist ihre Schwiegertochter. Und der gelbe Gummibär ist ihr Nenkel.